Ab der kommenden Woche gibt es erstmal eine wechselhafte und wärmere Nordwestwetterlage. Es wird nicht mehr so kühl sein wie in den letzten Tagen. Es wird Temperaturen bis zu 7, teilweise auch 8 oder 9 Grad geben. Und in diesem Video schauen wir uns mal das Wetter in der kommenden Woche an. Fangen wir an mit dem Mittwoch, den Montag, Dienstag. Den hatten wir ja schon heute Morgen und dann besprechen wir jetzt den Mittwoch. Und da sieht man so drei Tiefs an der Perlenkette und das mittlere ist so ein kleines Sturmtief, das uns dann viel Wind in Deutschland bringen wird. Teilweise aber auch recht wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern, teilweise mit Schnee bis ins Flachland. Und dann schauen wir auch jetzt mal auf die Sturmböen, die da so berechnet werden. Ich habe mir zwei Modelle dann jetzt mal rausgesucht. Einmal das europäische Wettermodell, also das EZMWF-Modell. Und das sieht einmal in der großen Nordwesthälfte, ja, recht kräftige Windböen, teilweise 60 bis 90 kmh. Auf der See sind auch örtlich Orkanböen möglich auf und an der See übrigens, wollte ich sagen. Im Süden gibt es die Sturmböen im Flachland nicht so doll, sondern eher in exponierten Lagen, also auf den Bergen. Und schauen wir auf das GFS-Modell, was das da so berechnet. Und das sieht das Ganze einen Ticken nördlicher, aber auch trotzdem würde es in ganz Deutschland ziemlich ruppig zur Sache gehen. Im Westen hätten wir 60 bis 80 kmh, im Norden teilweise bis 100 kmh, im Südosten teilweise auch so 60 bis 90 kmh. Also beide Modelle berechnen am kommenden Mittwoch einen Sturm, nur die Stärke ist halt noch ein bisschen unterschiedlich und wird wahrscheinlich noch hin und her wabern. Schauen wir auf das Wetter am Mittwoch und da kommt dann von Nordwesten erstmal ein Regengebiet. Und hinter dem Regengebiet kommen dann kräftige Schauer nach, teilweise mit Schnee bis ins Flachland. Und auch man sieht hier gut im Osten sind einzelne Schauer möglich, mit Schnee bis ins Flachland. Im Süden ist es dann noch weitestgehend trocken. Die Temperaturen sind doch recht, recht mild sozusagen und dann haben wir Temperaturen im Westen von 7, 8 oder 9 Grad, die dann örtlich möglich sein werden. Im Süden wird es ein bisschen kälter sein mit Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad und generell die Nordwest- und Nordhälfte wird deutlich milder sein. Schauen wir dann auf den Donnerstag und dort, ja, ist dieses wilde, wilde Schauerwetter noch nicht beendet. Und jetzt wird die Karte auch eingeblendet und dann sehen wir hier im Nordwesten teilweise bis ins Flachland diese Schnee, Schneeregen, Graupelschauer, Graupelgewitter, die dort örtlich möglich sein werden. Im Westen ist auch Regen dabei und im Norden ebenfalls und im Süden ist es meist der Schnee. Also dort kommt das Ganze als Flocken vom Himmel im Westen ab und zu mal mit Flocken, aber auch ist öfters mal die flüssige Phase dabei. Schauen wir auf die Temperaturen in zwei Metern Höhe und die sieht wie folgt aus, ein bisschen kühler als am Mittwoch. Und so haben wir im Westen teilweise 2 bis 7 Grad, im Norden 2 bis 6, im Süden 2 bis 4 und im Osten ebenfalls 2 bis 4 Grad. In den Mittelgebirgen könnten wir eventuell, ja, Dauerfrost bekommen. Schauen wir dann noch zu guter Letzt auf diesen Wochentrend auf den Freitag. Und der Freitag sieht wie folgt aus, dass wir eine Regenfront einmal über Deutschland haben werden, einmal von Nord nach Süd, im Süden oder eher gesagt Südosten ist es auch mal kräftiger Schneefall. Auf der Westseite ist es eher der Regen, der dann im Westen teilweise bis in die höheren Lagen als Regen fallen wird. Diese Front kommt dann aus Nordwesten auf und wird dann irgendwann am Abend gegen die Alpen brechen. Schauen wir auch hier auf die Temperaturen in zwei Metern Höhe und dann haben wir folgende Temperaturen. Hier sieht man auch gut diese kühleren Temperaturen in der Front. Dort haben wir dann teilweise 0 bis 3 Grad, teilweise auch 4 Grad, im Westen teilweise 6, 7 Grad und im Osten ist es 2 bis 5 Grad. Während es im Süden eventuell sogar Dauerfrost geben könnte mit Temperaturen zwischen 0 und minus 1 Grad. Schauen wir auf die Schneehöhen nach dem EZMWF-Modell und da sieht in den Alpen knapp 2,5 Meter Schnee teilweise. Aber auch in den Mittelgebirgen in Deutschland kommt einiges an Schnee vom Himmel, teilweise im Erzgebirge 78 cm, sonst auch 60 cm. In westlichen Mittelgebirgen ebenfalls 60 cm und im Norden, im Flachland gibt es nur eventuell ein paar Flocken oder ein paar Zentimeter Schnee durch die Schauer und Schneegewitter. Schauen wir dann noch auf eine ganz interessante Karte, aber es ist wahrscheinlich ein Ausreißer, das hat das GFS-Modell heute Morgen im Nullerlauf berechnet. Und da sehen wir doch sehr, sehr kalte Temperaturen im Osten oder östlich von uns. Das könnte sich aber nach Deutschland reinschieben mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von minus 15 Grad. In Deutschland wäre es da doch noch deutlich milder. Milder, aber ich bin der Meinung, dass dieses Modell nur ein Ausreißer ist. Das wird immer wieder mal berechnet. Also keine Grund zur Sorge. Es kann kommen, muss aber nicht. Schauen wir uns jetzt nur die Temperaturen in 2 Metern Höhe an. Fangen wir im Westen an in Krefeld und da sehen wir diesen Temperaturaufwärts-Trend. Erst haben wir noch Temperaturen jetzt auch in der nächsten Woche bis zum 30. Januar von 0 bis 5 Grad. Und ab der kommenden Woche, ab dem 1. Februar, sind wir dann bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Mit Ausreißern weit nach oben teilweise bis an die 12, 13 Grad. Aber auch die Ausreißer nach unten nehmen doch langsam zu. Und dann hätten wir nach manchen Modellen auch nur wieder 0 bis 5 Grad. Schauen wir in den Osten noch zum Schluss. Und ähnliches Spiel auch hier gibt es ab dem 30. Januar nach oben. Und auch hier haben wir Ausreißer nach oben, nach unten, nach unten. Und die Ausreißer nach unten sehen teilweise Dauerfrost mit Temperaturen in 1.500 Metern Höhe von minus 5 Grad. Und die höchsten Läufe gehen auch bis an die minus 13 oder minus 14 Grad. Aber also, im Februar ist noch alles offen, was das Wetter so betrifft. Und deswegen bleibt es auch noch sehr, sehr spannend beim Wetter. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder zu einem neuen Update bei Deutschlandwetter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle einschalten würdet. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.